das ist jetzt nicht s21 bau sondern der ganze knoten beim leutze auto technisch wurde ja umgestaltet dafür war dieser steg vom rosensteinpark rüber zum mineralbad außerbetrieb der war abgebaut und jetzt ist eine neue brücke gleiches design wie das original aufgebaut worden wenn ich mich richtig erinnere habe ich letztens gezeigt wie hier das widerlager vorbereitet wurde danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao